Achso, ein wunderschöner Spaziergang. Wie spät haben wir? Gleich Foto 4. Foto 4. Fünne Dacke. Verwendet vor. Kinder sind irgendwo hinter uns. Da sieht man sie. Meins sind zwei. Das Fetter ist einfach nur traumhaft. Traumhaft schön und nicht zu frisch. Noch Eppe. Also niedrig Wasser. In die Segler. Die Sonne ist wunderschön. Wir haben keine Sicht daneben. Dafür hat mein Mann heute eine Muschel aus. Nein, noch nicht. Auseinander gekloppt. Da ist aber ganz viel Schleim drin. Wir haben auch so eine Muschel. Ich hoffe, die geht nachher nicht auf. Und der ganze Schleimler läuft raus. Unser Marathon. Winke mal, Fabian. Und wenn wir es schaffen, gehen wir heute noch auf Löschung. Jawoll.